Ja, die Leute müssen auch denken, dass ich nicht weiß, was ich tue. Da läuft doch vor einigen Tagen die Fernsehsendung, bei der ich mitwirken durfte. Ich verlinke es immer hier oben. Und da wird gezeigt, wie ich spare, dass ich selten was kaufe, dass ich frugal lebe, auch dass ich ein Haushaltsbuch penibel tracke. Also es wird so richtig gezeigt, ich sag mal, wie ich geizig bin. Oder meine Oma würde sagen, wie ich bescheiden lebe. Und was mache ich? In den letzten vier Wochen bin ich komplett durchgedreht und habe geshoppt, als wäre ich das Konsum-Opfer Nummer 1. Gefühlt fast täglich kam so eine Mail rein, wo da ein Start stand. Die Bestellung war erfolgreich und egal, ob jetzt in Schranken, Küchengeräten, Smartphone, Pillen, Leuchten, Reinigungstücher, Kaffeemaschine. Also das waren die verrücktesten Wochen, an die ich mich erinnern kann seit langem. Und heute kannst du teilhaben, wie ein Frugalist mal so richtig Geld ausgibt, aber mit Kopf und Verstand. Und dabei habe ich schon so aufgepasst, dass ich nicht so viel bezahle. Und wenn du mal Lust hast, auf den Frugalisten haue, dann wird es heute spannend. Und wenn du wissen willst, was mein neuer, aktueller Sport-Tipp ist, welche Gedanken ich mir beim Kaufen mache und wann ich mich für einen Kauf entscheide, was meine Kaufgesetze sind, wenn du wissen willst, wie ich beim Staubsauger-Smartphone und Schrankkauf über 1000 Euro gespart habe und zwei richtig coole, selbstgebaute, industrielle Leuchten sehen möchtest, dann würde ich sagen, schnappe dir einen White Kakao, den habe ich in den letzten Tagen nochmal getrunken und nach dem Intro geht es direkt los. Ja, herzlich willkommen zurück. Und wenn du zu Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, ich sage mal zu Themen, die dir so Cash in den Tisch bringen, wenn das genau dein Ding ist oder du auch wissen möchtest, was ich in Zukunft kaufe, dann falls es schon geschehen lassen, Abo da. Und ich muss dir eins gestehen, jetzt bin ich im Tiny House und das Tiny House ist fertig. Das einzige Problem, was jetzt so ein bisschen ist, es ist fertig, aber es ist so ziemlich leer. Also es steht überall ein Möbelstück, die Küche ist da. Also man kann schon gut drin leben, aber es sind so viele Kleinigkeiten, die so ein bisschen, ich sage mal, das Wohngefühl ausmachen. Also Sachen, die nicht fehlen dürfen. Ich sage nur, Gordinen an Fenster, das wäre jetzt nicht verkehrt, oder so eine Schals heißt es ja heutzutage. Und es gab auch einige Sachen, die wollte ich aus dem alten Haus nicht ins neue übernehmen. Und da habe ich einfach mal Kassensturz gemacht. Ich habe gesagt, Mensch, was hat mir das Tiny House alles gekostet? Habe ich noch ein paar finanzielle Reserven über, ohne dass ich meinen passiven Cashflow angreifen muss? Habe sogar ein Mö-Bitcoin verkauft, also nicht viel für 2.500 Euro, sage ich jetzt mal. Und jetzt wird bis zum Ende des Jahres alles gekauft, was ich wirklich brauche, um hier nicht nur ein cleanes Tiny House zu haben, sondern um, ich sage mal, ein gutes Wohngefühl zu haben. Und da habe ich in den letzten Wochen schon ganz schön durchgedreht. Werde auch in den nächsten Tagen noch einiges kaufen, so, dass ich am Jahresende sagen kann, jetzt ist Kassensturz und alles, was ich jetzt zusätzlich kaufe, läuft dann auf meine tägliche Lebenskostenstelle. Bis dato ist ja alles, was ich für das Tiny House kaufe, so Möbel, Gartinen und was da alles dazugehört, läuft ja noch auf die Investition ins Tiny House. Und du kannst so ein bisschen dabei sein. Und ich habe festgestellt, in den letzten vier Wochen, das war wirklich so, da kam fast jeden zweiten Tag die Meldung, ja, ihre Bestellung war erfolgreich. Der Postbote hat schon ganz schön geschlafen, hat gesagt, Mensch, ja, bei uns sind sie durchgedreht, hier kommt ja jeden Tag ein Paket, mal ein kleines, mal ein großes. Und ja, das waren die antifrugalsten Wochen, die ich jemals hatte. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie manch anderer, der so wirklich regelmäßig jeden zweiten, dritten, vierten Tag bei Amazon und Co. bestellt. Und ich will dich heute einfach mal teilhaben lassen. Was habe ich bestellt und was sind eigentlich meine Kaufgrundsätze? Und wie immer habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet. Und dann gehen wir mal in den Bildschirm und da siehst du erstmal in der Agenda, was heute auf dich zukommt. Du kannst doch sagen, Mensch, das interessiert mich, dann kannst du wieder wegschalten. Und das Thema heute ist Frugalist im Shopping-Wahn. Und so habe ich mich auch gefühlt. Als erstes klären wir mal ganz kurz, was für mich aktuell Frugalismus bedeutet. Das ist ja auch eine Sache, das muss ich ehrlich gestehen, die entwickelt sich immer so ein bisschen weiter. Wenn du mich in zehn Jahren fragst, was Frugalismus ist, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen abweichen von dem, was ich vor zehn Jahren gesagt habe. Und ich gebe dir mal so einen aktuellen Stand, was für mich Frugalismus bedeutet. Dann schauen wir mal die Sparregeln und Kaufgesetze an, die ich lebe, weil das ist wichtig. Trotzdem, dass ich freigedreht bin beim Einkaufen, habe ich immer im Hinterkopf verschiedene Regeln und Gesetze. Dann sprechen wir über meinen Kaufrausch. Und dann schauen wir uns mal die Einkäufe an. Und da siehst du schon, es gibt ein Stromtool, es gibt ein Staubsauer, es gibt ein Smartphone, eine Kaffeemaschine und vieles mehr. Also das ist besser wie Weihnachten. Also ich habe mich quasi schon dieses Jahr selber beschenkt für die nächsten Jahre. Und auf jeden Fall wird es mal ein anderes und lustiges Video. Was auch anders und lustig ist, ist der WhatsApp-Kanal von Frugale Finanzielle Freiheit vom YouTube-Kanal hier. Falls du da noch nicht mit dabei bist, ich verlinke nochmal unten. Mache ruhig mit, weil da gibt es so ein paar Insider, die so ein bisschen aktueller sind. Also jetzt, wo die Fernsehshow rauskam, wo ich mitgewirkt habe, gab es da zum Beispiel gleich mal eine Sprachnachricht, wo ich mal ein Statement gegeben habe. Wie hat mir das Ganze gefallen? Das gibt es auch die nächsten Tage als Video. Aber der WhatsApp-Kanal ist immer so ein bisschen, sag ich mal, schneller und aktueller. So, fangen wir mal mit der ersten Folie an. Und das ist, was bedeutet Frugalismus für mich? Und Frugalismus ist einfach ausgedrückt, die Konzentration aufs absolut Wesentliche mit dem Ziel, Geld zu sparen. Also irgendwas, was ich nicht brauche, Gegenstände, die ich nicht brauche, die werden auch nicht gekauft. Also manchmal hat man ja so Sachen, die man ein- oder zweimal im Jahr braucht, gibt es bei mir nicht. Also alles, was hier so drinnen ist, im Haus oder was ich kaufe, ist wirklich dauergestresst und wird dauerbenutzt. Und das ist auch das Ziel. Also ich möchte mir jetzt nicht, also das ist ein blödes Beispiel, aber ich sage mal, Motorrad kaufen, wo ich durch die Kante fahre, aber das, ich sage mal, nur zwei-, dreimal im Jahr, das wäre für mich unterbenutzt und das möchte ich an der Stelle nicht. Es wird alles, was übrig bleibt, investiert, um das Vermögen zu vergrößern. Also wenn ich dann recht sparsam, bescheiden und, ich sage mal, durchdacht lebe, dann bleibt in den meisten Fällen am Ende des Monats doch ein bisschen Geld über und das wird dann investiert und das geht auch nächstes Jahr wieder los. Dann ist das Tiny House gekauft, dann fallen keine neuen großen Kosten hoffentlich mehr an und dann wird investiert, weil das Geld soll arbeiten. Weil wenn man schon, ich sage mal, aufs Wesentliche reduziert lebt, dann soll man ja auch einen Vorteil haben und dann soll der Cash in den Cash kommen. Ja, was immer so ein kleiner Nachteil ist und das habe ich auch in den Kommentaren zu dem Fernsehbeitrag gesehen, ist, dass es für andere eher eine ärmliche Lebensweise ist. Für mich gar nicht. Also ich weiß nicht, wenn Frugalisten zuschauen, wenn man das über die Jahre wirklich so gelebt bekommt oder so aufgezogen wurde, dann ist es eine ganz normale Lebensweise. Für andere ist das schon eher geizig oder ärmlich, ist an der Stelle nicht. Was dazu gehört, ist natürlich eine extreme Sparquote. Ich sage mal, ab 50 Prozent, also wenn du im Angestelltenverhältnis bist oder ein gewisses Einkommen hast, dann sind 50 Prozent, ich sage mal, immer wieder möglich, manchmal sogar mehr, also manchmal bis zu 80 Prozent und es wird auch immer wieder optimiert. Ich verlinke es mal hier oben. Also ich, trotzdem, dass ich wenig ausgebe, führe ich ein Haushaltsbuch und da sehe ich das ein oder andere Mal, Mensch, hier hast du über die Stränge geschlagen oder Mensch, hier hast du aber auch Ressourcen. Was zum Frugalismus natürlich dazugehört, ist eine kleine Wohnung, kleines Haus oder kleines oder kein Auto. Also das sind so die Kostenfresser Nummer eins und je größer ein Haus, je größer ein Auto ist, desto mehr Kosten werden gefressen. Das ist vielleicht im ersten Monat gar nicht so schlimm. Wenn man aber dann 100 Monate zusammen addiert, dann kommen dann zigtausend Euro zusammen und da kann man sich die Frage stellen, braucht dich diesen Platz oder braucht dich jetzt das Auto mit den zweieinhalb PS mehr? Ja, Verzicht des Geldes wegen ist manchmal auch der Fall, wo ich sage, Mensch, das ist es mir an der Stelle nicht wert und für Frugalisten, das ist so ein Ziel und das ist auch so mein Ziel gewesen, ist es, dass man mit 40 bis 50 Jahren so arbeitsfrei ist, von seinem Vermögen leben kann und vielleicht die Dinge machen kann, die man sowieso gerne macht, die dann auch noch ein bisschen Cash in den Tisch bringen. Interessant ist auch immer, dass wir erschließen weitere Einkommensquellen, um jetzt unabhängiger zu sein und schneller Vermögen aufzubauen. Ich glaube, das gehört dazu und es werden Dinge gekauft und das werdet ihr dann auch sehen, die qualitativ hochwertig sind und wirklich gebraucht werden. Also wirklich gebraucht, das hatte ich gerade schon, aber wenn ich was kaufe, dann achte ich natürlich auf den Preis, aber dann achte ich auch auf die Qualität. Also wenn es jetzt darum geht, ein Smartphone zu kaufen, dann kaufe ich nicht das billigste Samsung, wo ich keine Freude dran habe, dann kaufe ich lieber ein anderes. Das wirst du gleich sehen, was ich für eins gekauft habe. Und der vermeintliche Bestpreis, das habe ich auch schon festgestellt. Zum Beispiel bei Amazon wird immer hinterfragt und Alternativen gesucht und da gibt es sehr oft preiswertere Alternativen. Und eine Sache, die ich sehr gerne mache, ist Saisonverzögert kaufen. Saisonverzögert heißt, dass man Sommersachen im Winter oder Wintersachen im Sommer oder dass man vielleicht, ich sage mal, wenn jetzt ein Smartphone rauskommt, ein neues, das von der letzten Generation kauft, was meistens nur ein halbes oder ein Jahr älter ist, was aber mehr als oder weniger als die Hälfte kostet. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke des Frugalismus für mich. Also nicht durchdrehen, aber doch immer ein waches Auge zu haben, dass man nichts umsonst ausgibt oder dass man das, was man übrig hat, dann investiert. Und dann habe ich mal überlegt, Mensch, habe ich so etwas wie Einkaufsgesetze oder Einkaufsregeln und da sind mir spontan zehn eingefallen, also innerhalb von zehn Minuten sind die mir eingefallen. Und die erste Regel ist, nicht zu kaufen, wenn man es braucht, sondern wenn es billig ist. Und gerade so bei den größeren Anschaffungen sollte man sich so ein bisschen Zeit lassen. Also wenn man weiß, man braucht bald ein neues Auto, dann sollte man nicht fahren, bis das Auto irgendwann die Grätsche macht und dann braucht man jetzt unbedingt eins. Man kann ja dann schon mal schauen, gibt es schon eins und dann kann man es wirklich, ich sage mal, vielleicht wie bei mir auf dem Gebrauchtmarkt, einfach sehen, das ist jetzt zum guten Preis. Ich brauche es zwar jetzt noch nicht, aber dieser Preis ist unschlagbar, weil sehr viel Geld wird vernichtet, wenn man etwas kauft, weil es einfach jetzt gebraucht wird. Also dieses ein bisschen Zeit haben für den Einkauf und ein bisschen, ich sage mal, flexibel zu sein und auch mal dem Verkäufer sagen, nö, ich brauche es jetzt nicht, machen Sie mal ein bisschen preiswerter, sonst kaufe ich es nicht, ist nicht verkehrt. Der zweite Grundsatz ist, gerade bei Autos und Technik, das hat man ja gerade, nicht neu kaufen. Also ein Auto werde ich niemals neu kaufen und Technik werde ich auch niemals neu kaufen, in dem Sinne, dass er jetzt gerade frisch rausgekommen ist, weil das spart ungemein Geld. Ich kann ja mal hier oben das Video verlinken, ich hatte in meinem Leben, glaube ich, vier oder fünf Autos schon und habe für alle insgesamt etwas über 10.000 Euro bezahlt. Das bezahlt heutzutage manch einer für ein halbes Auto, sage ich jetzt mal an der Stelle und ja, ich bin dann eher so ein gebrauchter oder ich sage mal ein saisonverzögerter Typ und das spart eine ganze Menge Geld. Ja, Anschaffung über 250 Euro, mindestens zwei, drei Nächte überschlafen. Also ich sage mal, das ist so meine Grenze, wenn ich irgendwas habe, wo ich sage, mehr als 250 Euro, also hier mein Google Pixel Tablet, was ich mir geholt habe, hier fürs Tiny House, für die, ich sage mal, Automatisierung, da habe ich dann auch drei, vier Mal drüber geschlafen, dann mal am Wochenende dazwischen vielleicht nochmal geguckt, ob es Alternativen gibt und dann habe ich mich dafür entschieden, als es das auch für einen guten Preis gab. Ja, nichts kaufen, was man nicht bezahlen kann und ja, bei Wohnung und Haus ist das bei mir auch so. Ich weiß, da habe ich einen Schuss, gebe ich ehrlich zu, aber wenn ich was kaufe, dann muss ich es auch bezahlen können. Ich sage mal, sowas wie Ratenkauf oder so abstottern oder über PayPal Teilzahlung und was es da nicht alles gibt, mache ich nie. Ich möchte das gleich bezahlen. Ja, immer Cashback und das Konto nutzen. Ich verlinke dir hier oben mal noch ein Video zur Cashback-Rente. Also es passiert mir, was jetzt passiert, das gelingt mir jedes Jahr immer wieder neu, mehrere hundert Euro zurück sich holen und ja, werdet ihr nachher auch ein Beispiel sehen. Trotzdem, dass ich einen super Preis hatte, habe ich mir noch 10 Euro extra geholt und das mit einem Zeitaufwand von 20 Sekunden, ja, das lässt man auf jeden Fall oder auf keinen Fall liegen. Ja, antizyklisch und saisonal denken, das hatte ich schon, ich sage mal gesagt, immer den Google Lens Trick nutzen und gut vergleichen, das zeige ich euch nachher nochmal, wie ich das mache und dann die 5-Minuten-Regel. Und 5-Minuten-Regel heißt ganz einfach, für ein oder zwei oder drei Euro Preisdifferenz investiere ich nicht mehr als 5 Minuten. Also wenn ich jetzt so 20 Minuten, eine Stunde oder zwei Stunden hier vergleiche und forsche und dann habe ich 1 oder 2 Euro, ich sage mal gespart, das ist es mir nicht mehr, da ist die Zeit mehr wert und deswegen gibt es auch die 5-Minuten-Regel. Gegenstände und Sachen nur 1 zu 1 ersetzen, also wenn jetzt meine Jeans, die ich jetzt trage, bald die Kretsche macht, dann darf ich mir eine neue Jeans kaufen, vorher brauche ich und will ich mir auch keine kaufen und fühlt sich der Preis nicht gut an, wird auch nicht gekauft und das ist so eine Sache, die kann man rational nicht erklären, aber manchmal ist es ein guter Preis, manchmal sage ich, ich könnte es auch gebrauchen, aber das fühlt sich irgendwie nicht gut an, kaufe ich nicht. Nicht so nach dem Motto, ich kaufe es und gucke mal, wie es sich anfühlt, wenn es sich schon im Laden nicht gut anfühlt, kaufe ich es einfach nicht. Und die 10. Sache, und das ist was ganz Wichtiges, Gratis-Aktionen und Geschenke mal annehmen, also wenn es dann so Gratis-Produkte gibt und sei es mal nur ein bisschen Schoki oder ein bisschen Waschmittel mit einer Cashback oder mit einer Payback-Aktion, dann nehme ich das auch immer mit und das hatte damals Oma auch schon gesagt, wenn man was gratis angeboten bekommt, dann soll man es an der Stelle niemals ablehnen, wenn man es braucht oder gebrauchen kann. Ein Zusatz habe ich noch geschrieben und zwar, dennoch, dass man spart und bescheiden oder für andere geizig ist, immer noch was Gutes tun, also mal was spenden, jemanden mal einladen, das ist ganz wichtig, weil sonst ist das ganze Sparen ja nur für einen selber, macht auch nicht so richtig Spaß und aller paar Jahre mal freidrehen und das habe ich dieses Jahr gemacht. Ich gehe mal auf die nächste Seite und das ist der Kaufrausch beim vulkanen Groschern. Also nachdem das Tiny House jetzt fertig ist, ging es los mit Einkaufen und somit hatte ich in den letzten Wochen richtig so eine Art Kaufrausch. Ich habe so das Gefühl, dass das für andere normal ist, weil ich hatte früher, wo ich im Altenhaus gewohnt habe, da siehst du ja auch immer, wie das Postauto kommt und so und da gab es, ich glaube mal bei den einen oder anderen Nachbarn kam jeden zweiten, dritten Tag wirklich ein Amazon-Auto und hat was gebracht. Bei mir ist es dann immer alle eins, zwei, drei Monate, mal einmal und ja, für mich war es schon richtig ein Kaufrausch und heute schauen wir einfach mal den Oktober-November-Hall. Ich zeige dir mal, was ich gekauft habe und ich beschreibe auch mal noch so ein bisschen, was meine Gedanken dabei waren und vergleiche an manchen Stellen auch, ob der Black Friday wirklich preiswerter war oder nicht. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten Ding, was ich gekauft habe und ich verlinke die Produkte einfach mal unten. Also wenn du die genau angucken willst oder kaufen willst und den Kanal unterstützen willst, kannst du natürlich drauf klicken und das erste war der Power Fox oder der Power Opti heißt es an der Stelle und das ist im Grunde genommen jetzt in meinem Stromkasten, hatte ich auch im letzten, glaube ich, Monats- oder Stromvideo, wenn ich es finde, verlinke ich dir mal oben, auch mal gezeigt, wie das funktioniert. Im Grunde genommen kann ich da jetzt live meinen Strom ablesen. Also ich kann jetzt sehen, wie viel brauche ich jetzt an der Stelle, wie viel habe ich den Tag verbraucht, wie viel ist das an Kosten, bin ich über meinen Abschlag oder habe ich schon gut gespart und das Gerät, das wollte ich einfach, um meine Stromsituation so eine Art wie so ein Haushaltsbuch zu tracken und ich sage mal, das kostet zwar 88 Euro, da hat damals 88 Euro gekostet, ist es mir aber an der Stelle wert gewesen. Was du hier siehst und das ist sehr besonders, das hat 3,6 Sterne, das hat ganz schön negative Kritiken, weil die Einrichtung nicht so einfach war. Ja, das war sie nicht und hätte ich früher keine Netzwerkausbildung gehabt, hätte ich es vielleicht auch nicht hingekriegt, also die ganzen Wireless-Geschichten, da musste man einige Sachen, einige Hörnen überspringen, aber im Großen und Ganzen ist es für mich das Gerät, um zu sehen, wie viel Strom verbraucht, welches Gerät oder wie verbrauche ich aktuell und das habe ich mir gekauft und da bin ich ganz stolz und kann ich für jeden, der vielleicht ein Häuschen hat und ich sage mal, im Stromverbrauchsbereich noch sparen will, kann ich dann auch empfehlen an der Stelle. Ja, das nächste und da wird es nicht kaputt lagen, ist mein Hartz-IV-Taisen, also mein Hartz-IV-Staubsauger habe ich gekauft und im Grunde genommen, wenn du das siehst, also ich habe am 26. Oktober für 69 Euro bestellt, zu dem Black Weeks war er tatsächlich noch 11 Euro preiswert, also 15% ungefähr und ich habe einfach zwei Sachen gesagt, ich habe gesagt, ich möchte nicht unendlich mehr 100 Euro für einen Staubsauger ausgeben und ich brauche keinen Akkusauger, ich nehme noch einen Kabel-Staubsauger und wenn man sich für die Kabel-Variante entscheidet, dann wird das Ding auf einmal übelst billig, weil Akkuschein wahrscheinlich im Trend zu sein und ich habe festgestellt, bei den Akkusstaubsaugern gab es immer gleich Ersatzakkus, die du dazu bestellen kannst, wenn dann nach 1, 2, 3 Jahren der Akku nicht mehr so richtig läuft und das wollte ich an der Stelle nicht, das sind ja auch wieder fortlaufende Kosten und da habe ich mich für so ein kleines, einfaches Gerät entschieden, was eine gute Bewertung hat, was auch eine gewisse Saugleistung hat, da habe ich mich dann auch erstmal informiert, dass es sowas gibt wie eine Saugleistung und dann habe ich das Ding einfach bestellt und muss ehrlich gestehen, für mein kleines Haus ist dieser kleine Staubsauger richtig gut, bin jetzt sehr zufrieden, der saugt sogar richtig gut und da hast ein bisschen Zubehör und bin sehr zufrieden und wenn ich dann vergleiche, was so ein Markengerät, also kein Bashing gegen Dyson & Co., wie sie alle heißen, aber das kostet ja dann 3, 4, 5, 600 Euro und da sehe ich nicht ein, was ist im Staubsauger, im Staubsauger ist ein Motor, der saugt, Behälter, noch ein bisschen Zubehör und da fühlt sich das nicht gut an, mehrere 100 Euro zu bezahlen und selbst wenn das Ding jetzt nach 1, 2 Jahren kaputt geht und ich muss es mir nochmal kaufen, habe ich immer noch ein Vielfaches gespart von einem teuren Markengerät, bin bis jetzt aber super zufrieden. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und das sind meine Pillen, also manchmal brauche ich meine Pillen und jetzt wirst du sagen, Mensch Kruschan, so wie du redest, nimmst du sowieso jeden Tag Pillen, aber nee, ich merke dann immer, so zur dunklen Jahreszeit ist es dann so, manchmal bin ich ja so ein bisschen schlapp und da fehlt mir so ein bisschen der Schwung und da erinnere ich mich immer, das was mir Ingo von Mission Cashflow erzählt hat, er hat gesagt, er hat da ein paar, ich sag mal, sublimierende Produkte von Alphaputz nimmt er da und da habe ich mir mal wieder einen flotten Dreier bestellt, also Magnesium, hoch dosiert, Multivitamin und Zink und das habe ich 2, 3, 4 Tage genommen und seitdem dreht es wieder ab, seitdem scheint mein Körper wieder das zu haben, was er braucht, klar ersetzen diese Pillen nicht die normale Ernährung, das weiß ich und gerade so im Winterzeit nehme ich ab und zu mal eine Pille und dann geht es mir ganz gut, ich glaube, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber im Grunde genommen am Black Friday konnte es man sogar noch ein bisschen preiswerter bekommen um 9 Euro, habe ich mich ein bisschen geärgert, aber wenn ich dann was bestelle und das war jetzt schon vor einigen Wochen, ja dann stehe ich auch dazu und gebe jetzt nicht irgendwas zurück, nur weil ich jetzt nochmal 3 Euro sparen kann. Ja, der nächste Punkt und das ist eine Sache, die habe ich hier oben eingebaut, das ist einfach ein Gartentorband und jetzt würde ich sagen, warum hast du hier oben ein Gartentor, das ist für meine Luke im Keller, habe ich bestellt, ist Qualitätsware, Qualitätsware wird auch am Black Friday zum gleichen Preis verkauft, also bin ich sehr zufrieden, musste sein, damit ich die Luke auch mal zumachen kann, war also eine richtig notwendige Ausgabe. Dann geht es weiter und das sind die Brüller aus meiner Sicht, das sind Unterbauleuchten und jetzt würde ich sagen, wozu brauchst du Unterbauleuchten? Na, die sind so ein bisschen magnetisch und im Grunde genommen kannst du die mit dem USB-Port aufladen und dann kannst du die überall hinklatschen, wo Magnete sind oder auch irgendwo hinlegen und im Grunde genommen habe ich an den ganzen Türen, sind ja, ich sag mal, die Exschutzschienen sind magnetisch oder der Kühlschrank in der Küche ist magnetisch und da habe ich einfach ein paar von den Leuchten im Haus verteilt und wenn ich jetzt in der Nacht wach werde und bin so schlaftrunken, muss auf die Toilette oder muss mal hoch, dann gehen einfach die Lichter ganz automatisch an, also ich erinnere da so ein bisschen an das Michael Jackson Video, Billy Jean, wo die Fliesen so automatisch angehen und bei mir sind es wirklich dann die Lichter und das war eine gute Investition. Ich selber habe sogar 26 Euro bezahlt, im Black Friday gibt es die für 22 Euro, aber nur wenn du Prime-Mitglied bist und wenn du nicht Prime-Mitglied bist, dann bezahlst du 35 Euro, also da wirst du jetzt mehr bezahlen, als ich vorher bezahlt habe und das ist natürlich auch so ein kleiner Netz, aber im Grunde genommen ist es wirklich eine schöne Sache, ja, die ich verwenden kann und die mir auch jeden Tag hilft und die Lampe kannst du ja auch immer woanders hin machen. Ich hatte zum Beispiel mal Besuch und da habe ich die Lampen an meine Gartenzaunpfosten gemacht und als dann der Besuch kam und es war dunkel, ging dann immer da, wo der Besuch langgegangen ist, das Licht an. War auch eine schöne Sache. Ja, kommen wir mal zum nächsten Einkauf und das war ein Einkauf, den ich auf jeden Fall brauchte, weil ich habe ja oben mir massiv Holzmöbel aus Mangoholz bestellt, verschiedene und da brauchte ich aber noch was Kleines, um abzustellen oder um sich draufzusetzen, wenn ich mal Besuch bekomme, vielleicht noch eine Art Notsitzhocker und da habe ich mir diesen, ich sage mal, Designhocker bestellt. Ist relativ teuer für so einen Hocker, ist jedoch echtes Holz. Die Bewertung spricht für sich und ich bin sehr zufrieden, kann man rollen, kann man sich draufsetzen, passt super zu dem Schrank, den ich dir nachher noch zeige. Also bin ich sehr zufrieden, hat sich auch im Preis nicht verändert und ich habe das Gefühl, dass die richtig qualitativen Dinge, ich sage mal Black Friday, auch nicht viel an der Preisschraube drehen, weil die wissen, dass sie gut sind. Ja, kommen wir mal zur nächsten Seite und das sind noch ein paar Lampen, die ich brauchte für meine Stubenlampe oder für meine, ich sage mal, zeige ich dir gleich meine Vintage-Lampe, die ich mir gebaut habe und die habe ich einfach mitgenommen, war damals schon ein relativ guter Preis, ist sogar zum Black Friday noch ein bisschen preiswerter, habe ich mich geärgert. Aber was heißt geärgert? Hier haben wir auch wieder das Prinzip, dass du als Prime-Mitglied zum Black Friday, ich sage mal, das Ganze preiswerter kriegst und der Normalpreis ist schon fast ähnlich dem Preis, den ich vor ein paar Wochen bezahlt habe. Amazon versucht wahrscheinlich zum Black Friday ganz schön viele Leute zum Prime-Mitglied zu machen und dann richtig Cash in den Teich zu verdienen. Und jetzt wirst du sagen, was habe ich denn mit den ganzen Lampen gemacht? Und jetzt zeige ich dir mal was, was ich eigentlich nicht zeigen wollte, aber so ein kleiner Spoiler. Und zwar, hier siehst du mal zwei Lampen, auf der linken Seite habe ich eine alte Schrotschaufel, die habe ich aufgearbeitet, abgeschliffen, lackiert, entrostet, was auch immer. Und da kann ich dann so eine, ich sage mal, Magnetlampe einfach reinklicken, lege die Schaufel so richtig Vintage-mäßig, Industriell-Style-mäßig irgendwo in die Bude, in die Stube oder stelle sie irgendwo hin. Wenn du dann vorbeiläufst, dann geht die einfach an, tolle Sache. Und auf der rechten Seite habe ich so ein Eisenbahnen-Leuchtsignal bekommen von dem Bekannten und da wird dann auch eine Lampe reingehangen und das wird dann so ein bisschen industrieller Style. Zeige ich dir im nächsten Tiny House Video. Wird auch eine schöne Sache. Also finde ich auf jeden Fall ganz gut und ist mal was ganz anderes. Ja, kommen wir mal zur nächsten Seite und da habe ich mir eine schweineteure Kaffeemaschine gekauft. Also jetzt wird sie kaputt lang, also die normalerweise kostet sie, aber ich habe dafür nur 19,99 Euro bezahlt und ich habe mir nochmal die große Bodum bestellt, die kleine hatte ich ja schon bestellt und ich bin mit der kleinen so zufrieden und die kleine reicht aber nicht aus, wenn ich drei, vier Leute zu Besuch bekomme. Also habe ich mir die große bestellt und es ist immer noch besser als ein Kaffee-Vollautomat für 2000 Euro. Ich habe meine alte DDR-Kaffee-Bohnen-Malmaschine, sage ich jetzt mal und dann werden die Bohnen richtig gemahlen und dann wird dann heißes Wasser, wird dann aufgekocht und fertig. Da muss ich keine Erwartungen durchführen. Da ist alles, ich sage mal, einfach zu handeln und ich mag es recht einfach und da ich nicht der große Kaffee-Trinker bin, habe ich gesagt, bestellst du dir mal eine große Bodum, wenn ich mal Besuch bekomme und ich bekomme übernächste Woche schon mehrere Leute zu Besuch, dann werde ich mal sehen, wie die Ganze sich so schlägt und es ist gleichzeitig ein elektrisches Gerät weniger, was ich im Haus habe, weil noch ein extra Kaffee-Maschine oder Kaffee-Vollautomat würde Platz wegnehmen und auch nur Geld kosten und irgendwann kaputt gehen. Ja, kommen wir mal zum nächsten und da habe ich mir einfach mal ein paar Tücher zum Saubermachen bestellt. Mir wurden teure Tücher von ProWin keine Ahnung empfohlen, aber die waren ja so schweineteuer, da kostet ja ein Tuch gleich 10, 20, 30 Euro und ich habe mir einfach ein paar Mikrofasertücher bestellt und das zum guten Preis und auch zum Black Friday-Preis, weil das erst vor ein paar Tagen war und da bin ich auch sehr zufrieden damit und jetzt kommen so ein bisschen ein paar größere Ausgaben und da muss ich dir gerne mal was zeigen und zwar, ich habe mir ein Google Pixel Handy bestellt, weil ich brauche ein neues Smartphone, mein altes Smartphone, der Akku und die Scheibe, die haben jetzt schon ihre, ich sage mal, besten Zeiten hinter sich und das neue Pixel wäre das 9er, habe ich mir nicht bestellt, ich gucke dann immer die Vorversion, dann das A-Modell, das kleine Modell, weil ich brauche nur einen kleinen Speicher, sage ich jetzt mal, ich brauche ja nicht eine Übermaschine und das Smartphone gab es tatsächlich für 380,79 Euro, also das ist schon ein Wahnsinnspreis dafür, dass man noch ein Smartphone hat, was einige Jahre hält, also quasi wie ein neues, nur halt nicht das neuste Modell und dann habe ich das Ganze noch über ein Cashback-Portal bestellt, da gibt es auch noch mal 10 Euro zurück, also weil ich das Ganze über Büroshop 24 lief und dann habe ich 370 Euro für ein niegelnagel neues, sehr aktuelles Smartphone bezahlt und wenn ich das jetzt mal vergleiche, was es bei Google kostet, da hätte ich bezahlt 429 Euro, also das hätte schon mal ein Fuffi mehr gekostet und hätte jetzt gesagt, Mensch, ich bin da Krüche an, ich kann nicht damit leben, dass ich ein ein Jahre altes Smartphone habe und ich brauche mal das Größte und Neueste, dann landen wir so bei 1600 Euro, also mindestens 1000 Euro hätte ich für ein aktuelles Bezahlte in einer guten Ausstattung und ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie in meinem Leben über 400 Euro für ein Smartphone ausgegeben, meistens liegt ein Smartphone, wenn ich es kaufe, so bei 300 bis 350 Euro und dabei habe ich dann noch ein recht aktuelles und wertiges Modell und das finde ich dann an der Stelle gut. Kommen wir zum nächsten und das ist ein Schrank und ein Schrank macht mich nicht krank, sage ich immer so schön und da habe ich auch einen super Preis gekriegt und wie du siehst, im Angebot oder verkauft wurde dieser Schrank, dieser industrielle Schrank, der jetzt auch schon in meiner Stube steht, für 769 Euro, also das ist ein Massivmöbel, also den richtig gut, finde ich gut, war im Black Friday Sale für 692 Euro und dann hatte ich noch einen Gutschein von 130 Euro, weil an dem Schrank, den ich da vorbestellt habe, war was an der Schraube nicht in Ordnung und da habe ich einfach gesagt, Mensch Leute, da ist es dann so, könnt ihr mir nicht ein bisschen entgegenkommen, weil zurückschicken möchte ich es an der Stelle nicht und somit habe ich am Ende einen richtig guten industriellen Schrank bekommen, der vorher 769 Euro gekostet hat für 499 Euro und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja und an dieser Stelle mache ich mal einen Stopp, sonst wird das Video zu lang, ich habe mir noch einen Schuhschrank bestellt, noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, die gekommen sind, aber so hast du mal gesehen, was dann doch in einem Monat zusammenkommt und dass ein Frugalist auch mal an der Stelle durchdrehen muss, ich schaue immer auf den Preis, bin ich ganz ehrlich, aber wie du siehst, bei dem Möbel oder auch beim Telefon oder so, am Ende muss es dann Qualität sein und ich weiß jetzt schon, dass ich, wenn ich jetzt alles eingekauft habe, was ich brauche, dass ich dann die nächsten Jahre Ruhe habe, dann wird das total langweilig, dann habe ich für immer ein Telefon, also nicht für immer, aber für eine lange Zeit ein Telefon, die Schränke sollen mindestens 15, 20 Jahre halten, weil die richtig gut sind und so weiter und so fort, aber manchmal ist es halt notwendig, was einzukaufen, damit ich sage mal, das Lebensgefühl wieder zurück ist oder damit man sich wohl fühlt und was jetzt noch dazu kommt, und das kann ich verraten, es gibt demnächst ein oder zwei neue Brillen, weil die Brille, die kann ich ja schon fast in eine Tonne treten und es gibt eine neue Jeans, da brauche ich auch noch mal eine und dann bin ich aber recht glücklich, dann habe ich vielleicht noch ein schwarzes T-Shirt und dann habe ich erstmal wahrscheinlich oder ein ganzes Jahr oder zwei Jahre, wo ich nichts einkaufen muss. Du kannst mir gerne mal einen Kommentar schreiben, wenn du möchtest, was hast du in letzter Zeit gekauft, bist du zufrieden, wie hast du gespart, würde mich auf jeden Fall mal interessieren und dann verabschiede ich mich aus diesem etwas ungewöhnlichen Frugalisten-Haul, aber vielleicht ist es ja auch mal für jeden interessant zu sehen, was der Christian so die letzten Wochen gekauft hat und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und da wird wieder ein bisschen mehr gespart. Mach's gut, ciao. Ja, und wo wir heute schon mal beim Thema Sparen waren, zeige ich dir mal einen besonderen Spartipp, den ich erst vor einiger Zeit entdeckt habe und wo ich mich so ein bisschen ärgere, dass ich den, ich sage mal, noch nie vorher angewandt habe und dafür gehen wir mal nochmal an meinen Bildschirm und hier siehst du einfach mal einen Blick auf Amazon und ich habe auch einen Möbelstück, was ich mir vor einigen Tagen bestellt habe und der Spartipp, den nenne ich den Google Lens Spartipp und wie funktioniert der Google Lens Spartipp? Also gerade auf dem Desktop macht sie das richtig gut. Du suchst ja irgendwo in einem Shop, also jetzt sind wir hier bei Amazon, ein Produkt, schaust es dir an und sagst, Mensch, das könnte mir gefallen und ich möchte dieses gleiche Produkt, möchte ich an der Stelle vielleicht preiswert haben oder möchte wissen, ob ich einen guten Preis bekomme und an der Stelle mache ich es dann wirklich so, dann klicke ich mit der rechten Maustaste, sage ganz einfach, da gibt es dann hier mit Google Lens untersuchen, dann klicke ich da drauf und dann kann ich mir das Ding, was ich kaufen will, so ein bisschen einrahmen, dann rahme ich mir das Ganze ein und jetzt passiert so ein bisschen Magie, dann sucht Google im ganzen Internet, ob es dieses Bild auch nochmal woanders findet und dann sieht man auf der rechten Seite teilweise schon mit Preisen und das macht es so einfach, ja, wo gibt es denn das Möbelstück auch und was kostet das? Also wir haben es jetzt bei Amazon für 579 Euro und wir sehen aber hier, dass man es zum Beispiel für 480 Euro bekommen oder ich sage mal, das ist glaube ich nicht das gleiche, aber hier zum Beispiel das für 530 oder 540, das sind die gleichen und da hat man dann schon mal nur mit dem Google Lens Tipp, sage ich mal, oder Trick, hat man da schon mal 40 Euro gespart und wenn man da noch ein bisschen in die Tiefe geht, da kann man sogar noch mehr sparen, aber so kannst du rucki zucki sehen, ob etwas an der Stelle preiswert ist oder ob es woanders preiswerter gibt, wir können jetzt nochmal, da habe ich einfach mal eine Leuchte rausgesucht, wir können das gleich nochmal mit einer Leuchte probieren, mit Google Lens und dann gucken wir einfach mal, du kannst auch mehr einkreisen, aber ich mache immer meistens nur das Bild und zack, dann markiere ich das Bild an der Stelle und dann suche das wieder auf der rechten Seite und dann siehst du wieder auf der rechten Seite, Mensch, hier gibt es auch die Leuchten 29 Euro, ja, guter Preis, dann sehen wir, dass das bei Amazon ein guter Preis ist, aber wir haben hier so etwas Ähnliches und das ist ja auch manchmal die Frage, wenn man etwas Ähnliches hat, was fast genauso aussieht, was kostet das und da sieht man ja etwas Ähnliches, würde man auch für 19 Euro bekommen oder man bekommt zwei für 41 Euro, also was ich damit sagen möchte ist, wenn du irgendwas im Internet siehst und das gefällt dir und der Preis ist okay, geh einmal mit Google Lens drüber und mir ist es schon passiert und zwar beim Schuhregal, was ich mir gekauft habe, was jetzt oben im Anbau steht und da habe ich schon gedacht bei Amazon, wow, ist das preiswert und dann habe ich das Ganze, ich sage mal, zum richtig guten Preis gekriegt, ich kann es ja mal hier oben noch verlinken, da gibt es einen Short dazu und da habe ich da auch schon mal, ich weiß nicht, 15, 20 Euro gespart und wo man Geld sparen kann, sollte man auch Geld sparen, vor allen Dingen, wenn es genau das gleiche Produkt ist und dann kannst du gerne mal in den Kommentar schreiben, wie du den Frugalisten Haul so fandest, da brauchen wir mal was anderes zwischendurch und dann würde ich sagen, wünsche ich dir schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!